Best of Blogs, beziehungsweise Top of Blogs, Top of the Pop Blogs. Es gibt ganz viele Best of Blogs, das ist ein französisches Unternehmen und die haben mehrere Apps zum Thema Best of Blogs und da gibt es verschiedene Thematiken und wir haben uns heute für die Schokoladen-Thematik entschieden. Denn wie ihr es nicht wisst, wir kriegen ständig Zuschriften von französischen Zuschauern, die uns im französischen Sendegebiet empfangen und uns oftmals schreiben, stellt doch mal, wir fühlen uns ausgegrenzt, stellt doch nicht nur amerikanische Apps vor, stellt doch nicht eine englische App, stellt doch nicht eine kroatische App, gefolgt von deutschen Apps, sondern stellt doch mal französische Apps vor und dementsprechend Top of the Bops. Dessert au chocolat haben wir hier und eine Galerie, das ist ehrlich gesagt das mein Lieblingsding an dieser App, Funktion, dass man einfach sich die Sachen, guckt das mal an. Bavoie au chocolat. Warte, wie heißt das? Ich weiß nicht. Halt mal fest. Bavoie. 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 Ne. Oh, hier täuscht. Warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Wie, darfst du, wackelt? Bavoie au chocolat. Das ist eine französische App und die stellen bayerische Schokolade vor. Was ist denn hier los? Wie auch immer. Dann haben wir Bombe Chocolat Caramel au Beurre Salé mit Salzbutter. Lecker! Das ist Schokoladenbombe mit Salzbutter. Lecker! Was sonst? Café Gaumont Revisité. Was immer? Noch mal angeguckt. Das ist auch einfach. Hier. Da quoi? Creme Chocolat et Cerise en Syrup. Warte. Sieht gut aus. Da quoi? Creme Chocolat et Cerise en Syrup. Nicht Cerise. Warte. Ich will wissen, was da rauskommt. Apple. Da quoi? Schokoladencreme. Enge. Kleine Leben von Apple. Das ist gut. Was ist denn? Warte mal. Ist das richtig aussprochen? Daquise. 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 Sehr gut. Dachs. Das ist ein gekochter, poschierter Dachs. Ein reiner, poschierter Dachs mit Zwiebel. Nein. Das ist ein Rezept. Mit Zwiebel. Schokoladenpüree. Das ist ein geiles Rezept. Da Suise. Daquise. Daquise. Aquabase. Das kann man ja nicht. Nutella. Das kann ich nicht. Fromage ist Käse. Weißer Käse mit Nutella. Bar. Das ist lecker. Das ist auch schlecht. Das kann man ja reden. Die stinkt schon. Gâteau en Chocolat ou Gau de Caramel? Gau? Chokoladenkuchen Caramel Großhandel. Ein Caramel Großhandel. Endlich das, was man immer gesucht hat. Macaron, tout chocolat. Mit viel Schokolade. Alle Schokoladen-Macarone. Ich spreche das noch falsch aus. Oh Gott, der wird schwärmt. Molloy au pavot, coeur griottes et chocoladenschnoire. Mollimon, quora, Kirsche dunkler Schokoladekern. Das ist aber kaum wahrzunehmen, ob man das essen sollte. Aber dass der wirklich Kirsche daraus gehört hat, das finde ich super. Das finde ich gut. Ah, Maske. Maske, wir müssen mal kurz eine Maske holen. Das war Top of Blocks. 50 Deserts au Chocolat. Was ist 50? Warte mal. Es gibt auf jeden Fall ganz viele andere Blocks. Könnt ihr euch mal durchgucken. Und da habt ihr bestimmt wahnsinnig viel Spaß. 89 Cent kostet das Ganze. Cinquante heißt 50. Cinquante? Aber nicht auf Französisch. Doch, Cinquante Desserts au Chocolat. Aber doch nicht auf Französisch. Ach doch. Soncun. Soncun.